Hallo meine Lieben, hier bin ich wieder mit einer Wochenlegung und zwar für die Woche vom 13.12.2021. Es ist die Woche nach dem dritten Advent und ich habe eine Viererlegung gemacht, habe dafür folgende Decks verwendet, die Seelenmedizin von Lisa Biritz, die Heilige Geometrie, ein Set von der kürzlich verstorbenen Jeanne Ruland und ihrem Mann Murat Karatschai, dann die Weisheitskarten von Colette Baronreit und auch von Colette Baronreit das Orakel der Krafttiere. Ich habe folgende Stapel gelegt, worum geht es, was ist das Thema, wie immer, worum geht es im Moment in dieser Woche, was ist jetzt für diese Woche wichtig, was kannst du tun, um dieses Thema aufzulösen, zu bearbeiten, voranzutreiben, wie auch immer, das kommt darauf an, wie du mit dem Thema in Resonanz gehst, was ist jetzt nicht wichtig und wo wird es hinführen. Schauen wir mal diese Woche, was das Thema ist. Heilung, das ist natürlich wunderschön. Das Thema ist Heilung und wir können in den drei Bereichen heilen, die uns ausmachen, nämlich an Körper, Geist und Seele. Der Fokus ist ja in den fast vergangenen zwei Jahren sehr auf den Körperbereich gegangen, was Heilung anbelangt, was Krankheit anbelangt. Und wir sollten nicht vergessen, dass es auch eine geistige und eine seelische Krankheit und Gesundheit gibt. Und wenn wir von Heilung sprechen, sollten wir das ganzheitlich betrachten. Also ein Thema diese Woche. Dann mit dem Strom. Das ist eine schöne Karte. Schaut mal, wie entspannt die da sitzt in ihrem Schiffchen und mit dem Strom schwimmt. Das scheint ja gerade im Moment ein Rad zu sein, der vielleicht für dich fragwürdig ist. Vielleicht bist du gerade dabei, gegen den Strom zu schwimmen. Bist gerade im Widerstand. Und wer kann es einem im Moment verdenken? Diese Karte sagt aber, es geht jetzt ganz klar darum, zur Zeit mit dem Strom sich treiben zu lassen. Da geht es auch um deine ganzheitliche Gesundheit. Nicht nur um den Widerstand, den du leisten kannst, um dich zu positionieren gegen etwas. Sondern da geht es darum, loszulassen, zuzulassen, im Fluss zu sein, im Fluss deines Lebens zu sein, wie auch immer das für dich aussehen mag. Denn auch das ist ja Auslegungssache. Diese Karte sagt, es ist in dieser Woche wichtig, im Fluss zu sein, sich treiben zu lassen, loszulassen, zu entspannen und vielleicht den Widerstand auch mal passiv und friedlich zu leben. Dann das Pferd. Die Freiheit ist dein. Wir sehen hier ein Pferd, das wild und unbezümmend durch die Gegend läuft. Ein kraftvolles Tier, ein großes Tier. Und die Pferde vereinen so einerseits diese große Kraft und andererseits sind es sehr, sehr sensible Tiere, sehr empathische Tiere, sehr einfühlsame und liebevolle Tiere. Und darum geht es auch in dieser Woche. Die Freiheit, die das Tier symbolisiert, die ist in dieser Woche auch wichtig. Und das mag jetzt für dich auch wieder ein Widerspruch zu sein. Ich soll mit dem Strom schwimmen. Ich soll im Fluss sein und nicht gegen den Strom schwimmen. Und es geht um Freiheit. Ja, denn letztendlich findet Freiheit in aller erster Linie im Inneren statt. Was nicht heißt, dass wir sie nicht auch im Außen haben wollen. Und das letzte, die Fibonacci-Folge. Wachstumsmuster. Rückverbindung mit dem natürlichen Entfaltungsplan der Schöpfung. Das ist ganz spannend. Die Fibonacci-Folge ist eine Zahlenfolge. Möglicherweise ist dir das nicht vertraut. Ich versuche es mal kurz zu erklären. Die Fibonacci-Zahlenfolge ergibt sich so, dass eine Zahl immer sich aus der Addition der zwei vorhergehenden Zahlen ergibt. Die Folge, die Zahlenreihe beginnt mit 0 und 1. Und die Addition aus 0 und 1 ergibt auch wieder 1. Dann ist die Zahlenfolge 0, 1, 1. Jetzt addieren wir wieder die letzten zwei Zahlen. Das ist die 1 und die 1. Das ergibt die 2. Und jetzt ist die Zahlenfolge 0, 1, 1, 2. Die Addition der letzten zwei Zahlen ist die 3. Nämlich die 1 plus 2 ergibt die 3. Dann die 3 plus 2 ergibt die 5 und so weiter. Die Fibonacci-Zahlenfolge ist insofern wahnsinnig spannend, weil sie ein Naturmuster zeigt. Wenn zum Beispiel ein Strauch wächst, dann kommt erst ein Ästchen, das ist die aus dem Nichts fast, aus dem Nichts, natürlich aus einem Samen. Das ergibt die 0 und die 1 und dann wächst dieses Ästchen und ist nochmal die 1 und dann zweigt es sich auf. Dann ist es die 2 und dann zweigt es sich weiter auf. Dann wird es zur 3, dann wird es zur 5, dann wird es zur 8, so wie die Folge weitergeht. Und das ist ein ganz, ganz heiliges geometrisches Muster und zeigt, wie unglaublich faszinierend exakt die Schöpfung funktioniert. Und das sagt ja auch die Karte, Rückverbindung mit dem natürlichen Entfaltungsplan der Schöpfung. Es geht also darum, sich dem hinzugeben, im Strom, um wieder heilen zu können, um wieder in seine Freiheit zu kommen. Also um das, was es diese Woche geht, das ist unglaublich wichtig und faszinierend. Was kannst du dazu beitragen? Was ist jetzt für die Umsetzung wichtig? Die Erdung, das Erden, das Ich-Erden. Ja, ich habe es ja gerade erklärt mit der Fibonacci-Folge, dass das wirklich was ganz, ganz Ursprüngliches, Natürliches ist. Diese Gesetze der heiligen Geometrie, wo Mutter Erde nach ausgerichtet ist. Und darum geht es auch jetzt. Dich zu erden, geh raus in die Natur. Es ist zwar nicht das schönste Wetter, es ist kühl und regnerisch, aber geh raus, verbinde dich. Schau mal, jetzt haben wir, die meisten haben auch jetzt Tannenzweige im Haus. Auch das ist ein Geschenk von Mutter Erde. Vielleicht meditierst du mal über deinem Adventskranz über dein Adventgesteck und erdest dich. Dann Tick-Tack, die Zeit. Also du solltest auch die Zeit im Moment für dich arbeiten lassen. Das passt sehr gut zu der Karte mit dem Strom, ist auch aus dem gleichen Deck. Hier sagt die Karte jetzt im Moment die Zeit zu genießen und die Zeit aber auch mal Zeit sein zu lassen. In der Natur gibt es keine Zeit. In der Natur, auf der Erde, gibt es nur Rhythmen. Es gibt Jahreszeiten. Es gibt Ebbe und Flut. Es gibt Vollmond und Neumond. Und es gibt nicht die Zeit. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, mal da entspannter zu sein. Nicht zu schauen, was bringt jeder Tag, jede Stunde, jede Minute, sondern einfach sich treiben zu lassen, loszulassen und zu sein, in der Erdung zu sein. Was kannst du noch tun diese Woche? Die Eidechse. Erträume dir deine Welt. Nutze dieses Loslassen, dieses Entspannen, dieses Sein, dieses Sich-Erden, dieses die Zeit nicht zu sehr in den Fokus zu stellen, zum Träumen. Die Eidechse ist ein Tier, die das wunderbar kann. Wir haben im Sommer glücklicherweise in unserem Garten oder auf der Terrasse viele Eidechsen. Und man kann beobachten, wie sie sich in der Sonne sonnen, wie sie das genießen, wie sie die Zeit vergessen, wie sie im Fluss des Lebens einfach nur in der Sonne sitzen und sich dort es gut gehen lassen und ganz blitzschnell wieder verschwinden, wenn irgendwie eine Bewegung da ist, wo sie unsicher sind, ob das ihnen schaden könnte. Und erträume dir, wie so eine Eidechse, die die Zeit vergessen kann, die Welt. Das ist ja auch, ja, dieses Erträumen, dieses Schaffen, das passt ganz gut mit dem Stromschwimmen. Das ist das erste hermetische Gesetz. Du kennst vielleicht die hermetischen Gesetze, die im Köbalion stehen und die universalen Lebensgesetze. Also das erste sagt, alles ist Geist, was nichts anderes heißt, als dass alles aus dem Geist entstanden, also aus dem Geist geschöpft wurde. Also erst im Geiste, in der im Traum oder in der Fantasie entstanden sein muss, um dann auch real werden zu können. Und diese Karte erinnert dich daran, dass du diese Woche dich mit diesem ersten Gesetz mal ein bisschen auseinandersetzen kannst, ein bisschen beschäftigen kannst und dir überlegen kannst, was für eine Welt möchtest du dir erträumen. Sei der Schöpfer deiner Realität. Und dann haben wir als Symbol das Horusauge. Linke und rechte göttliche Sicht. Nimm eine mit Geist, Seele und Herz betrachtende ganzheitliche Sicht ein. Das erinnert mich an die Karte, worum geht es heute, die Heilung oder diese Woche, die Heilung, wo ich auch sagte, wo ich das Wort ganzheitlich schon verwendet habe. Das Horusauge ist auch ein Zeichen, ein Symbol, das zur heiligen Geometrie gehört. Und das Horusauge ist von, so wie es dargestellt wird, wie es schon von den Ägyptern sehr häufig verwendet wurde, sehr synonym dazu, wie unsere Zirbeldrüse aussieht. Das kannst du mal nachschauen, wenn du möchtest. Und die Zirbeldrüse ist ja auch etwas, was ganz viel mit der Anbindung ans Göttliche zu tun hat. Also diese Karte sagt, nimm eine ganzheitliche Sicht ein, besinne dich auf deine Fähigkeiten, was du schöpfen möchtest. Sei dabei mal nicht so sehr zeitgetrieben und erde dich. Das sind die Dinge, die jetzt diese Woche wichtig sind. Was ist denn jetzt nicht wichtig? Was solltest du vernachlässigen? Die Lebendigkeit. Die Lebendigkeit zu vernachlässigen, klingt erstmal etwas schwierig, denn man glaubt ja, das ist genau das, was wir brauchen. Aber mit dieser Karte Lebendigkeit ist, glaube ich, eher eine extrovertierte Lebendigkeit nach außen gemeint. Und das ist ja genau diese Woche nicht angesagt, sondern das Kontemplative, das sich treiben lassen, das Zeitlose, das einfach mal im Fluss des Lebens sein und ganzheitlich unterwegs sein. Die Flaschenpost auf dem Stapel, was ist jetzt weniger wichtig? Die Flaschenpost ist etwas Geheimnisvolles, würde ich sagen. Wenn jemand eine Flaschenpost findet, was ja nicht so häufig vorkommt, dann weiß er nicht, was darin ist. Und wenn jemand eine Flaschenpost versendet, weiß er nicht, ob das jemals irgendjemand finden und lesen oder sehen wird. Und dieses Geheimnisvolle, diese Geheimniskrämerei oder dieses Ungewisse, das ist jetzt für diese Woche nicht wichtig. Sei klar, sei für dich ganz klar unterwegs, sei ganzheitlich unterwegs, kümmere dich um dich und deine Belange, aber sei nicht geheimnisvoll unterwegs. Der Koi, es ist immer genug vorhanden. Der Koi ist ein Symbol für Reichtum. Es hat sich ja auch hier in den westlichen Ländern etabliert, sind hier, was aus Asien kommt, dass die Menschen sich in den vergangenen Jahrzehnten Koi-Karpfen zugelegt haben in einem Teich hinterm Haus und dies war schon so ein Statement, ich kann mir das leisten. Das ist jetzt im Moment nicht wichtig. Es geht jetzt nicht um Reichtum, es geht nicht um Statussymbole, es geht nicht darum, was man besitzt, sondern es geht darum, was im Innen ist, es geht darum, im Fluss zu sein, es geht um Heilung, wo wirklich diese Materie im Sinne von Besitz keine große Rolle spielt und es geht darum, ganzheitlich unterwegs zu sein. Die Frucht des Lebens, göttliche Empfängnis und Fruchtbarkeit. Der Same der Schöpfung entzündet sich im Licht und wird in die Frucht des Lebens gewandelt. Auch das ist jetzt nicht wichtig, etwas zu schaffen, denn hier reden wir ja von der Schöpfung im Sinne von Frucht des Lebens erschaffen. Es geht schon ums Erschaffen, aber es geht um das Erschaffen in der nicht materiellen Welt. Also erträume dir deine Welt. Der Stapel, worum es in dieser Woche nicht zu geht, ist ganz klar das, was nach außen gerichtet ist. Die Lebendigkeit im Sinne von Extrovertiertheit, das Geheimnisvolle im Sinne von Versenden, das Materielle im Sinne von Reichtum oder Besitztum und das Schöpfen als Frucht des Lebens. Das ist jetzt nicht wichtig. Es geht da eher um Dinge, die im Innersten liegen, die passiv zu sein scheinen, was sie dann ja nicht sind, sondern eher im Sinne von Stiller, von Ruhiger, von Hingabe und Loslassen. Und dann schauen wir mal noch, wo es hinführen wird. Zur Lust. Es wird uns wieder die Lust am Leben bringen. Die Lust, das kann man natürlich auch auf vielerlei Ebenen betrachten. Es gibt die Lust am Leben. Es gibt die Lust, Dinge zu tun. Es gibt die Lust, sich hinzugeben. Es gibt natürlich die sexuelle Lust. Und dahin werden wir wieder kommen, wenn wir jetzt erst mal den Fokus nach innen richten, uns treiben lassen, uns um unsere Heilung kümmern. Und natürlich, wer heil ist, im Sinne, im ganzheitlichen Sinne, heil an Körper, Geist und Seele, der hat auch Lust aufs Leben, Lust darauf, schöne Dinge zu unternehmen, Lust auf seinen Partner, etc. Es wird führen zum Stamm. Zum Stamm. Der Stamm, das ist ja die Zugehörigkeit. Das ist in erster Linie natürlich eine familiäre Zugehörigkeit, kann aber auch eine andere Zugehörigkeit bedeuten. Ich persönlich glaube ja, Blut ist nicht immer dicker als Wasser. Man kann auch sehr, sehr liebevoll und eng verbunden sein mit Menschen, mit denen man eben nicht verwandt ist, im Freundeskreis und auch das würde ich als Stamm bezeichnen. Es führt uns dahin, diese Woche uns auf unseren Stamm zu besinnen, vielleicht uns da auch wieder zu öffnen, uns da auch wieder hinzugeben und die Liebe zuzulassen, uns da eine angenehme Welt zu erträumen und an Körper, Geist und Seele, also ganzheitlich verbunden zu sein mit diesen Menschen. Der Zitteraal verwirkliche deine Ideen. Auch da wird es hinführen, wenn du jetzt im Fluss bleiben kannst, wenn du jetzt dich um deine Heilung kümmerst, wenn du jetzt erkennst, in was für einer faszinierenden göttlichen Ordnung du lebst, wenn du in deine Energie kommst, dann wirst du auch deine Ideen verwirklichen können und das führt diese Woche eher über die passiven, über die inneren, über die stillen Momente im zeitlosen Sein. Sehr schön. Die Pyramide, Einweihung und Selbstmeisterung, Integration von Selbst und Seele, eine neue Stufe der Einweihung steht dir bevor. Das ist ja wunderbar. Wir sehen hier auf der Karte des Rad des Lebens und die Pyramiden, die natürlich auch sehr Inbegriffe einer göttlichen, kosmischen Ordnung sind und auch ganz, ganz ausgereift, berechenbar gebaut wurden. Das sind also keine Zufälle, diese Verbindungen und die Entfernungen der Verbindung etc. und wie alles zueinander steht. Das ist auch alles genauestens berechenbar und es wird dich zur Selbstmeisterung führen. Das ist natürlich eine ganz, ganz besondere Voraussage. Eine neue Stufe der Einweihung steht dir bevor. Du wirst also in die Lust zum Leben wiederkommen. Du wirst dich wieder verbunden fühlen. Du wirst deine Ideen verwirklichen und in die Selbstmeisterung kommen und auf eine neue Stufe kommen. Wenn du die Themen der Woche dir zu Herzen nimmst, dich hingibst, das Leben fließen lässt, dich um deine Heilung kümmerst, wenn du in deiner Energie bleibst und dich mit dem Freiheitsbegriff auseinandergesetzt, dass Freiheit auch innen stattfinden kann, wenn du erkennst, in was für einer unglaublich faszinierenden, göttlichen, kosmischen Ordnung wir leben, wenn du in der Ruhe bleibst, dich nicht so sehr von der Zeit hetzen lässt, das Ganze ganzheitlich betrachtest, träumst, dich erdest, dann wirst du in die Selbstmeisterung kommen und eine neue Stufe steht dir bevor. Das ist doch mal eine Ansage. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, die Legung führt euch durch diese Woche und erinnert euch an eure inneren Kräfte, an euer inneres Sein. Ich wünsche euch dazu eine fried- und freudvolle Woche. Ich freue mich, wenn dir die Legung gefallen hat. Ich freue mich über ein Like oder einen Kommentar und schaue auch gerne mal auf meiner Webseite vorbei. Ich freue mich, wenn dir die Legung gefallen hat.